Freunde und Helden Die Truppen des Römischen Reichs eroberten, was es zu erobern gab. Sogar meine Heimatstadt Alexandria und das befestigte Jerusalem. Als ich damals nach Rom gebracht wurde, nannten mich Freunde und Feinde nur Mäki. In der Hauptstadt des riesigen Reiches kämpften Gladiatoren um die Gunst des Volkes und gerissene Senatoren schmiedeten Komplotte. Aber meine Freunde und ich gaben nie auf. Wir erzählten uns die Geschichten unserer Helden. Von Josef, der Träume deuten konnte. Von Abraham, Elia, David, Samuel und vielen anderen. Wir hörten die Lehren von Jesus, von seinem Leidensweg und von seiner Kreuzigung. Diese Geschichten machten uns Mut. Sie lehrten und halfen uns, den richtigen Weg zu finden. Und so wurden wir wenig später selber Helden. Freunde und Helden Die Lehren von Jesus Die Lehren von Jesus Die Lehren von Jesus